Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video wollen wir einen Blick auf den Foodparty Hotpot und Tischgrill werfen. Dieser 2-in-1 Hotpot und Grill verspricht ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis für bis zu 8 Personen. Wir werden jeden Aspekt dieses beeindruckenden Geräts durchgehen, angefangen bei seinem Design bis hin zu seiner Leistung und Funktionalität. Aber bevor wir tiefer eintauchen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Lass uns nun ohne weitere Verzögerung in das Review einsteigen. Der Foodparty Hotpot beeindruckt sofort mit seinen Abmessungen von 50 cm Tiefe, 47 cm Breite und 18 cm Höhe. Dieses großzügige Platzangebot ermöglicht nicht nur einen komfortablen Gebrauch, sondern auch genügend Raum für kreative Kochexperimente. Der Hotpot selbst bietet ein beachtliches Fassungsvermögen von 2,5 Litern Flüssigkeit, während die Grillfläche großzügige 9 cm Breite bietet. Im Vergleich zu anderen Marken hebt sich dieses Gerät ab, indem es eine breitere Fläche für das Grillen bietet und so die Zubereitung von Schweißen für 2 bis 8 Personen ermöglicht. Ein beeindruckendes Merkmal dieses Hotpots ist die separate Leistungsregelung für den Hotpot und den Grill. Diese Flexibilität eröffnet eine breite Palette von Kochmöglichkeiten, von einem traditionellen chinesischen Hotpot über französisches Schokoladen- oder Käsefondue bis hin zu einem rauchfreien koreanischen Barbecue. Diese individuelle Steuerung gibt dir die volle Kontrolle über deine kulinarischen Abenteuer. Die Antriebskraft hinter diesem elektrischen Hotpot und Tischgrill ist beeindruckend. Satte 2200 Watt. Diese Leistungsstärke ermöglicht eine schnelle und stabile Aufheizung. Der Topf erhitzt sich rasant und kocht deine Speisen im Handumdrehen. Egal ob du eine Vielzahl von Zutaten gast oder einfach nur schnell eine Mahlzeit zubereiten möchtest, dieser Hotpot mit Grillfunktion bringt die nötige Power mit. Die Oberfläche des Foodparty-Hotpots ist mit sicheren Antihaftmaterialien beschichtet. Dieser Aspekt erleichtert nicht nur das Kochen, sondern auch die Reinigung danach. PFOA und BPA-frei zu sein stellt sicher, dass du deine Mahlzeiten ohne Bedenken zubereiten kannst. Diese Antihaftbeschichtung trägt zur Langlebigkeit des Geräts bei und garantiert, dass die Freude am Kochen nicht durch mühevolles Reinigen getrübt wird. Genieße die Kunst des gemeinsamen Schlemmens, ohne dich um hartnäckige Rückstände sorgen zu müssen. Ein herausragendes Highlight dieses Hotpots ist die doppelseitige Bauweise. Diese erlaubt es dir, gleichzeitig zwei verschiedene Brühen zu kochen. Gerade für Familien und Freunde, die unterschiedliche Vorlieben für die Basis der Hotpot-Suppe haben, sei es scharf oder mild, ist diese Trennwand die perfekte Lösung. Es verspricht ein unvergessliches gastronomisches Abenteuer, in dem es die Möglichkeit bietet, individuelle Geschmackserlebnisse zu kreieren und dabei alle Vorlieben zu berücksichtigen. Die Vielseitigkeit dieses Hotpots erstreckt sich über verschiedene kulinarische Horizonte. Von der Zubereitung von traditionellen asiatischen Hotpots bis hin zu europäischen Fondue-Varianten und rauchfreiem Grillen, dieses Gerät ist der perfekte Begleiter für kreative Köche und experimentierfreudige Genießer. Die separate Leistungsregelung erweitert die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten, sodass du dich in der kulinarischen Welt frei bewegen und verschiedene Techniken kombinieren kannst. Die Bedienung dieses Hotpots gestaltet sich angenehm einfach. Mit den separaten Leistungsregelungen für Hotpot und Grill sowie der Antihaftoberfläche, die das Kochen und Reinigen erleichtert, wird die Zubereitung deiner Lieblingsschweißen zum Vergnügen. Die doppelseitige Funktionalität ermöglicht es, mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, was besonders praktisch ist, wenn du eine größere Gruppe bewirten möchtest. Bezüglich der Sicherheit wurde beim Foodparty-Hotpot nicht gespart. Die Antihaftbeschichtung, die PFOA- und BPA-frei ist, gewährleistet, dass keine schädlichen Chemikalien in deine Mahlzeiten gelangen. Die robuste Bauweise und die hochwertige Verarbeitung des Materials tragen dazu bei, dass das Gerät stabil und sicher in der Anwendung ist. Die Griffe sind hitzebeständig, was eine einfache Handhabung ermöglicht, ohne sich Sorgen um Verbrennungen machen zu müssen. Die Reinigung dieses Hotpots gestaltet sich erfreulich unkompliziert, dank der Antihaftbeschichtung auf der Oberfläche. Die Trennwand und Grillfläche lassen sich leicht entnehmen und separat reinigen. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, was die Pflege des Geräts zusätzlich erleichtert. So bleibt nicht nur die Freude am Kochen erhalten, sondern auch der Aufwand danach minimiert. Insgesamt beeindruckt der Foodparty-Hotpot und Tischgrill durch sein durchdachtes Design, seine Leistungsstärke und seine Vielseitigkeit. Die doppelseitige Funktionalität, gepaart mit der individuellen Leistungsregelung, ermöglicht es, kreative kulinarische Kreationen zu erschaffen. Die Sicherheitsmerkmale und die einfache Reinigung machen dieses Gerät nicht nur effizient, sondern auch benutzerfreundlich. Wenn du nach einem All-in-One-Gerät suchst, das Platz für gesellige Kocherlebnisse bietet, ist der Foodparty-Hotpot definitiv einen Blick wert. Bei Amazon erreicht der Foodparty-Hotpot und Tischgrill eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 2.700 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 140 Euro. Das war's mit unserem Video über den Foodparty-Hotpot und Tischgrill. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung den Foodparty-Hotpot und Tischgrill zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Foodparty-Hotpot und Tischgrill haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Und dann solltest du das Video nearby entfernen, wenn du das Video那麼 ok- пром